Musik Hast du in deinem Leben eine Segnung Gottes erfahren? Eine Heilung oder Bewahrung, Versorgung, übernatürliche Erkenntnis? Irgendetwas, wo du merkst, da hat er dich wirklich gesegnet? Ich möchte dich herzlich einladen, das vor anderen zu bezeugen. Zeugnis davon zu geben, was Gott in deinem Leben Großes getan hat. Zeugnis davon zu geben, wenn er dich bewahrt hat, wenn er dich geheilt hat, wenn er dich versorgt hat. Zeugnis davon zu geben. Die Bibel fordert uns dazu auf und wir tun das häufig so gering achten, weil uns nicht bewusst ist, welche Bedeutung das hat. Wir sind Zeugen und das, was wir erleben, ist unglaublich stark. Unser Zeugnis ist stark. Die Bibel fordert uns auf, Lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Das Mitteilen vergesst nicht. Warum? Das ist etwas, was wir leicht vergessen, was wir leicht übersehen, was wir gering achten. Aber das ist etwas, an dem Gott wohlgefallen hat. Wenn wir Zeugnis geben von dem, was er an Segnungen in unserem Leben geschenkt hat, dann ist das etwas, was ihm sehr wohlgefällig ist. Und es ist etwas, was für andere Menschen ein gewaltiger Segen sein kann. Schau, wenn du ein Zeugnis weitergibst, dann ist das für eine andere Person etwas, wo sie sagt, wenn Gott diese Person gesegnet hat, wenn Gott diese Person geheilt hat, wenn Gott diese Person aus der Notsituation herausgebracht hat, dann kann das auch für mich gelten. Wenn wir wissen, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, dann wissen wir, was er für diese Person getan hat, was er für jene getan hat. Das gilt auch für mich. Das will er auch für mich tun. Und das kann er auch für mich tun. Und so kann dein Zeugnis der entscheidende Wendepunkt im Leben eines anderen Menschen sein. Wenn du beispielsweise hörst, dass Gott in der Notsituation, in der du bist, eine andere Person, die in genau der gleichen Not war, herausgerissen hat, dann weißt du, das gilt auch für mich. Das kann Gott auch für mich tun. Und du bekommst einen ganz anderen Glauben, eine ganz andere Vision, eine ganz andere Hoffnung. Deshalb ist es ganz wichtig, Zeugnis zu geben vor den anderen Menschen, vor Christen wie Nichtchristen, in der Gemeinde oder wo auch immer, vor deiner Familie. Gib Zeugnis. Zeugnis, erzähl von dem Großen, was Gott getan hat. Du kannst auch gerne uns ein E-Mail schreiben von dem, was Gott Großes in deinem Leben getan hat. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heilgottes sehen lassen. Welch eine Verheißung, die darauf liegt, dass wir Dank opfern. Das ist genau das Zeugnis geben. Mit den Lippen bekennen. Weiter sagen, was Gott Großes in unserem Leben getan hat. Ich lade dich wirklich ein, das nicht zu vergessen, sondern es zu tun. Zeugnis zu geben von dem Großen, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Du wirst sehen, dass du zum Segen wirst für andere Menschen. Und du wirst sehen, Gott hat noch mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!